Wer lernt die Vokabeln nicht? Wer spielt Skat beim Englischunterricht? Charlie Brown, Charlie Brown, das ist ein Klang, der Charlie Brown. Und wenn der Lehrer spricht, wer hört gar nicht hin? Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. Wer knistert mit Papier? Oh, oh, ick, ick, ick. Und wer schießt auf das Kater damit? Oh, 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 ick. Charlie Brown, Charlie Brown, das ist ein Klang, der Charlie Brown. Ja, wenn der Lehrer spricht, wer hört gar nicht hin? Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. Wer tut, was er nicht tun soll? Wer schmiert mit Öl die Tafel vor? Wer tanzt beim Turnen Rock and Rock, oh, oh? Ja, wer macht stets Malle? Wer kippt in die Tinte Aquabit? Wer bringt zur Schule weiße Mäuse mit der Charlie Brown? Charlie Brown, das ist ein Klang, der Charlie Brown. Und wenn der Lehrer spricht, wer hört gar nicht hin? Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. Und jeder Mann weiß auch, wer das ist. Der abends die Tochter vom Herrn Direktor küsst. Charlie Brown, Charlie Brown, das ist ein Klang, der Charlie Brown. Ja, und es gibt für ihn keine Medizin. Charlie Brown, der hat nur immer Unsinn im Sinn. vậy Schuss, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017